Ja, und zwar gibt es eine kleine Neuigkeit und zwar habe ich mich gestern wieder mit dem Karam angefreundet. Also ich habe gestern den Karam getroffen am Edeka und auf dem Weg nach, wo der Karam dann nach Hause gegangen ist, da haben wir dann geredet und der Karam hat zu mir gesagt, dass er mich doch mag. Und der hatte das nur gesagt, also der Karam, der hatte nur gesagt, weil ich ihn blockiert habe, dass er mich nicht mehr mag. Aber als ich den Karam gestern gesehen habe, wo er nach Hause gelaufen ist, da hat der Karam zu mir gesagt, dass er mich doch mag. Und somit habe ich ihn jetzt wieder freigegeben und bin jetzt auch mit Karam wieder befreundet. Der einzige, der jetzt noch blockiert ist, ist Joel, Younes, der andere Younes, Abdullah und muss ich nochmal überlegen. Egal. Das sind auf jeden Fall die vier Leute, die mir jetzt einfallen, die noch blockiert sind. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.